Das letzte Mal bei Alien. Ach du Scheiße. Wow! So fucking viele Aliens. Hallo Dudes und Dudes, da sind wir wieder mit Alien Isolation. Wir sind wieder zurück zur Krankenstation. Gezwungenermaßen. Und jetzt werden wir... Achso, genau. Hier rechts müssen wir jetzt durchgehen. Was ist das? Ach, das ist nur eine Dose. Ich dachte, das wäre irgendwie eine Rohrbombe oder so ein Shit. Nein, 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 nein! Mein Zugangsgenerator ist nicht stark genug. Maul ist da durchgekommen, es muss einen Weg geben. Tschüss. Äh, was ist? Finden sie eine Verbesserung der Stufe 3 für den Zugangsgenerator? Ja, wo soll ich die denn... Ja, hier. Ja, geil. Weißt du, das war jetzt echt anstrengend. Tschüss. Das ist jetzt gerade echt ein bisschen traurig, dass das Alien jetzt gar nicht mehr so angsteinflößend ist. Aber das kommt spätestens dann wieder. Äh, wenn... Äh, hier kommt was heißt, wenn ich keinen Flammenwerfer mehr hab. Und kein Molli und so. Die Koordinaten sind bereits im System. Drücken Sie einfach auf den Knopf. Und Sie? Kommt das fiel jetzt hier rein? Nee, bitte nicht. Okay, das sieht ganz schön cool aus. Ja, gut. Geil. Mal gucken, wo wir dann jetzt auskommen. Sind wir jetzt auf dem anderen Schiff? Ich dachte, da kommt wenigstens noch so was wie eine Undock-Animation. Wieso setze ich schon wieder so weit weg? Nee, die Webcam ist okay. Ist okay? Ist okay, ist okay. Gerade so, Rip. Sie begeben sich außer Reichweite. Ich bin mir nicht sicher, wie lange die Verbindung bestehen bleibt. Aber Riccardo ist der einzige Korrekte, den wir da jetzt noch haben. Was ist eigentlich mit Taylor? Erkunden Sie die Anesidora. Das war aber nicht unser Schiff vom Anfang, oder? Ich glaube, wir haben unsere Pechsträhne gebrochen. Wir konnten uns in den letzten Jahren gerade so den Lebensunterhalt verdienen. Und die Anesidora sieht langsam aus wie die Wachs, die wir bergen. Der Crew geht es auch nicht viel besser. Dann haben wir aber den Flugschreiber gefunden. Er gehört zu einem Schiff, der Nostromu. Weyland-Yutani-Eigentum. Das bedeutet, es gibt eine Belohnung. Malo hatte dann aber noch eine bessere Idee. Den Pfad des Flugschreibers erschließen, um das Wrack der Nostromu zu finden. Wir hatten Glück. Entdeckten ein Notsignal und folgen ihm jetzt. Das ist ein Volltreffer. Ich kann es spüren. Ich wusste, er würde mich nicht enttäuschen. Okay, 4510 ist der Code. Malo und Foster sind zuerst aufgewacht. Sie sah schrecklich aus. Meeks und ich sind auf dem Weg zum Shuttle zur Station. Aber, naja, das fällt sicherlich unter Quarantänebruch, oder? Na, es ist Marlows Chef. Sie ist Marlows Frau. Die Situation geriet außer Kontrolle und Meeks hat jetzt eine blutige Nase. Also, vielleicht geben die Ärzte Entwarnung und alles kehrt zum Normalzustand zurück. Aber wenn sie den davon kriegen, wenn sie an Bord gehen, will ich nichts damit zu tun haben. Marlows halt nicht mal an, er hat genug für solch einen Ärger. Ach du Scheiße, ey. Das ist so cool, wie die hier die ganze Hintergrund-Story so erklären, ne? Achso, hier muss ich jetzt noch was betätigen, oder wie? Wieder dieses Minigame hier. So, Zugriff gewährt. Weißt du, wir können einfach alles hacken. Wenn wir den richtigen Zugang haben. In welche Richtung soll ich denn da jetzt gehen? Die Hauptenergie der Anesidora ist wieder online. Die Türen sollten sich öffnen und hoffentlich ein bisschen Licht. Immer noch kein Zeichen von Marlows. Ich glaube, der hört mich nicht. Willkommen auf der Anesidora. Marlows? Wo sind Sie, Marlows? Danke, dass Sie den Strom wieder eingeschaltet haben. Sie haben mehr Arbeit erspart. Er musste nur vorübergehend aufschlag sein. Ich muss ein paar Sachen loschenbringen. Okay. Finden Sie Marlows. Ach, das mit Glücksträhnen habe ich doch schon gehört. Kann ich das wieder ausmachen? Das sah gerade so aus, als wäre es ein neues. Ich wusste nicht, dass man die mehrmals angucken kann. Erst mal Kamera kaputt machen. Wieso war hier ein Facehugger drauf? Warum war hier ein fucking Facehugger auf dem Schiff? Muss das jetzt sein? Muss das jetzt sein? Ich wusste, er würde mich nicht enttäuschen. Ich muss Sie daran erinnern, dass der Vastopol ein Anteil an eblicher Belohnung für die Rückgabe des besagten Eigentums zusteht, sobald dieses auf der Station ankommt. Wir besetzen die Antwort. Waits enden. Okay, der Waits. Ich habe Sie auf dem Sebastopol gebracht. Ich habe alle Regeln gebrochen, um Sie herzubringen. Das war ziemlich dumm von mir. Dumm. Sie können dieses Ding nicht besiegen, Ripley. Unmöglich. Man kann nur versuchen, ihm aus dem Weg zu gehen. Jede Spur hat sich verwischt. Alle Anzeichen zu stören. Die Infektion vom Ausbreiten abhalten. Sicherstellen, dass die Menschheit nie wieder mit ihm in Kontakt gerät. Sobald das Kontakt aufgenommen hat, hat es gewonnen. Die Firma wird niemals erfahren, was hier passiert ist. Niemand wird es erfahren. Das werde ich nicht zulassen. Okay. Der Waits ist ja echt so ein Drecksack. Aber Malo hat irgendwie vollkommen recht. Ich habe gerade das Gefühl, dass das der Einzige, der es gecheckt hat. Man sollte einfach den ganzen Scheiß in die Luft jagen. Und wir speichern hier jetzt erstmal nochmal. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich Malo töten muss. Obwohl ich das eigentlich gar nicht will. Weil der hat einfach recht. Achso, jetzt muss ich erstmal hier ran. Nachgesetzter Bericht. Private Nachricht. Diese. Dies ist für meine Tochter. Hi Amanda. Diese Nachricht ist für dich, mein Liebling. Ich hoffe, du wirst diese Nachricht eines Tages hören. Ich bin in Schwierigkeiten. Ich bin in Schwierigkeiten. Ach. Mein Schiff. Es gab einen Unfall, Liebling. Wir haben eine Kreatur gefunden. Sie war sehr gefährlich. Wir konnten sie nur stoppen, indem wir das Schiff zerstörten. Mir geht es gut. Ich sitze in einem Rettungsschuttle irgendwo in der Weite. Wir mussten die Nostromo zerstören. Was wir getan haben. Wir konnten nicht riskieren, dass die Kreatur mit uns heimreist. Ich musste dich beschützen. Mach... Mach dir keine Sorgen um mich. Wir werden uns bald wiedersehen. Ich hab dich lieb, meine Süße. Ach du Scheiße, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet so. Oh Gott. Jetzt begreift ihr es, dass die Mutter mit demselben Vieh zu tun hatte. Alter. Ich muss sagen jetzt... Oh nein. Jetzt wissen sie Bescheid. Jetzt wissen sie Bescheid. Jetzt wissen sie Bescheid. Was macht Malu jetzt mit ihr? Das wird den Reaktor in eine Atomwaffe verwandeln. Sie werden das Schiff zerstören. Und die Station. Ich werde jegliche Spur dieser Kreatur zerstören. Ripley, das ist die einzige Möglichkeit. Ich kann es nicht am Leben lassen. Und ich werde es nicht der Firma überlassen. Sonst geht das alles wieder von vorne los. Der Malu hat ja schon recht. Meine Fresse, aber... Hören Sie mir zu. Wir müssen das nicht tun. Stopp. Hören Sie auf, Malu. Malu, bitte. Sie haben gehört, was Ihre Mutter getan hat. Sie hat es verstanden. Wenn sie hier wäre, würde sie mir helfen. Sie würde der Firma ganz sicherlich die Anschrift von dieser Kreatur geben. Niemand darf das hier wissen. Da sind noch Überlebende auf der Station. Malu. Aber nicht Foster. Sie war meine Frau. Ich habe sie geliebt. Und ich habe sie getötet. Alter, Taylor. Oh mein Gott. Ich glaube, ich war zu spät. Er hat es bereits in Gang gesetzt. Er hat es in Gang gesetzt. Taylor. Ich werde die Überlastung aufhalten. Sie müssen mir helfen. Gehen Sie zu dem Bedienpult. Warno. Jetzt machen wir hier Teamwork, oder was? Öffnen Sie die Fusionssysteme, damit ich an Ihnen arbeiten kann. Was? Wir brauchen Strom beim Auxiliargenerator. Suchen Sie nach den Buchstaben A, U, X. Ich hab's gefunden. Ach so. Ach. Kann sein, dass ich mich jetzt ziemlich beeilen sollte. Wie kann man da überhaupt noch irgendwas sehen? Ach so. Ja, sagt mir doch was. Äh, ich sollte mich ein bisschen beeilen. Hört das jetzt auf? Uiuiui. Einmal den Ge công- Und impressionsges flownchen über einer IngesiegenTI. Sicherheitsbegrenze, wieder hier gestellt. Oh Gott. Sie haben's geschafft. Taylor sollte da so schnell wie es geht rauskommen, oder? Nein. Ja toll, jetzt kann ich Taylor auch nicht mehr retten. Echt, jetzt die Tür geht mir vor der Nase nochmal zu. Ach du Scheiße ey. Wohlang, wohlang? Ich denke mal hier durch, oder? Ist jetzt hier alles so aufgebaut, dass man eh nur einen Weg laufen kann. Okay. Ja krass, erstmal Kamera kaputt hauen. Alles die Schuld der Kameras. Der Staat ist schuld, weil er uns immer kontrolliert und überall zuseht. Big Brother is watching you und so. Ach du Kacke. Da liegt noch das kleine Alien. Komm, lauf. Wohlang. Einfach nur geradeaus. Komm, gib Gas. Gib Gas. Bitte gib Gas. Ach, okay. Ladebildschirm. Die Nachricht. Errungenschaft freigeschaltet. Wie das Spiel jetzt auf den letzten paar Metern richtig ausrastet. Die Explosion der Anasidora hat die Orbitalstabilisator zerstört. Demnächst fallen wir vom Himmel. Ich versuche die Torrents zu erreichen, aber der Funk ist immer noch gesperrt. Das von Ihnen angedockte... Das von Ihnen angedockte... Was? Die Landshuttle ist im Eimer. Die Torrents ist der einzige Ausweg. Jawohl, die Torrents. Okay. Äh. Ups. Wahrscheinlich muss ich genau hier lang, oder? Ach, scheiße. Ich bin ja jetzt wieder auf dem anderen Schiff. Ich sollte nicht so rumrennen. Hier gibt es doch die Irgendjens noch. Aber hier ist gerade zum Glück nichts. Äh. Ich bin einfach wieder ganz am Anfang. Warte mal. Da lang? Soll ich jetzt hier einmal komplett rumlaufen? Der Sicherheitsdienst von Sixen ist gerade aufgetaucht. Bewaffnet. Nicht auf unserer Seite. Ich musste mich unter einem Tisch verstecken. Was meinen die? Und die Torrents. Sie haben die Meldung gehört. Sie wollen sie kontaktieren. Ich glaube, sie wollen sie gewaltsam übernehmen. Können sie das? Nein. Die Funkverbindung ist immer noch tot. Aber halten sie sich von Ihnen fern. Wir sind gefährlich. Und verzweifelt. Geräusch mache ich einfach irgendwo nach da hinten ballern. Geht Bescheid, wenn ihr was wisst. Ist das für ein Geräusch hier? Ich kann es hören. Ich hab das gesehen. Ich bin bewaffnet. Ich laufe einfach. Ach du Scheiße. Die sind ja überall. Ich dachte, das wären nur zwei, drei Leute. Dann kriegen wir die Torrents angedockt. Die Torrents ist doch das Schimpfen, mit dem wir gekommen sind, ne? Wir haben Gesellschaft. Der Sicherheitsdienst von Sexton ist gerade aufgetaucht. Bewaffnet. Nicht auf unserer Seite. Ich musste mich unter einem Tisch verstecken. Was wollen wir? Die Torrents. Sie haben die Meldung gehört. Sie wollen sie kontaktieren. Ich glaube, sie wollen sie gewaltsam übernehmen. Können sie das? Nein. Die Funkverbindung ist immer noch tot. Aber halten sie sich von Ihnen fern. Wir sind gefährlich. Und verzweifelt. Hat er mich jetzt gehört? Äh, gesehen? Hier ist jemand. Findet sie. Wozu soll das denn gut sein? Ich hab's. Hat ein Lärm. Hier für Scheibe etwas findet. Das war gut. Äh, bis wo muss ich noch? Bis da komplett hinten durch. Ich hoffe mal, dass jetzt hier keine mehr sind. Davon ist nur einer. Den erstmal anzünden und weiter rennen. Oh, Medikit am besten mal rausholen. Hier kann man speichern. Jawohl. Jawohl. Und wir sind eh schon wieder bei 20 Minuten. Deswegen mache ich jetzt hier nochmal einen Cut. Die Folgen sollen ja eigentlich so um die 20 Minuten lang sein. Deswegen, äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, bis zum nächsten Mal. Äh, danke. Äh, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Egal, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Kupiu.